Sehr, sehr eigenartig. Okay. Ähm, hat uns nichts zu interessieren. Offensichtlich. So. Okay, wir können auch noch weiter hoch. Gucken wir einfach mal hier. Energietanks, bitte. Nein, schade. Energirefresher oder wie auch immer man euch nennt. Aber nix von beiden. Hier ist der Gegner. Nein. Ähm, so langsam will ich ihn jetzt halt auch mal sehen. Ja. Höh, schh. Oh Gott. Gut. Ach. Das ist ja herrlich. Das ist ja ein Spaß. Gut. Ja, gut. Habt ihr euch toll überlegt. Aber ich hatte kurz den Schock. Ja, ganz im Ernst. Okay. Also muss ich dann mit meiner Screwdrive-Attacke rüber. Irgendwie. So. Nämlich so. Und jetzt wieder. So. Und jetzt wieder. So. So, 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 so. Okay. Okay. Dann kommt er jetzt. Okay. Los geht's. Meine Güte. Also. Ha, 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 ha. Also. Jetzt langsam ist, äh, der Witz auch schon weg. Und warum, bitte? Gibt es? Oh. Aber, 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 aber. Nein. Nein. Okay, dann halt, äh, weiter. So, 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 und hier irgendwo doch bitte auch nicht. Scheiße. Naja. Dann kommt er jetzt. Er kommt nie. Sicherheitshalber. Bevor, bevor der Ganze direkt nochmal gemacht werden muss. Gleich so rüber. Ja. 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 Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Oh Mann. Hier gibt es nichts. Bitte lass es jetzt hier oben irgendwas. Scheiße. Ich möchte einen Energieerfrischer. Okay. Na, jetzt kommt er. Nein. Ich spreng hier lieber rüber. Der Speicherpunkt. Speichern. OMG. 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 Okay, wir konnten speichern. Zahnfähen? Wofür auch immer. Wofür braucht der Endgegner Zahnfähen? Hat er ein Zahnproblem? Braucht er einen Dentisten? Wir wissen es nicht. Aber vielleicht ist das ein Hinwe... Hinwe... Hilwe... Da, 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 da. Dass er Zähne verloren hat und... Wir kein Screw... Tings... Fings... Fingsten. Wir können kein Fingsten mehr machen. Ja, das vor allen Dingen. Okay. Okay. Hä? 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 Äh... Zahnfähe, mach mich mal bitte kurz zum Ball. Danke. Äh, danke. Hm. Nein. 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 Hä? Hä? Also bitte. Oh man. Okay, hier. So. Ne. Ähm. Hm. Gut. Ich bräuchte halt unbedingt Energie. Oh mein Gott. Kann es sein, dass mir die Zahnfähen was geben, wenn sie ganz unten sind? Macht es dann plopp und ein riesiges Energiebündel? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ist ja... Ein Spiel. Ähm. Dann andere Seite probieren. Okay. 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 Ah, und wir... Boah, gut. Haben es auf die andere Seite mal geschafft. Und suchen jetzt hier verzweifelt nach Tanks für Energie, für irgendwas. Da ist ein Loch, da ist noch ein Loch. Naja. Hm. Verdammte Axt. Gut. Hoch. Wird ein kleiner Weg. Wir sind gleich beim Endgegner mit viel zu wenig Energie. Echt, ich sehe es. Ihr seht es auch. Ich kann euch und mir nichts vormachen. Also. Hm. Hm. Ja, ich rauche eine. Pff. Mir egal. So. Denn jetzt geht's hoch. Fop. Ah. Ah, Gott. Herrlichkeit, du hast einen Namen. Ja. Nämlich. Energie. Und. Energie. Ach, ist das schön. Gut. Ähm. Geht es irgendwo weiter? Äh. Wäre gut. Also jetzt so. Zum. Fürs. Spiel. Hm. Für mich. Äh. Hm. Äh. Hä? Okay. Wo geht's zum Endgegner? Hä? Okay. Verschwinden wir hier mal? Ja. Gut. Fahren wir wieder runter. Aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Speichern wir unten nochmal. Genau. Fahren wir nochmal durch. Die dickflüssige Pampe durch. Jene hier. Da. Gut. Danke. Start. Speichern. Und. Hier durchfallen. Nein. Hä? Hier komm ich her. Moment. Äh. Ich komm hier doch her. Und hier. So vielleicht. Nein. Hä? Okay. Es muss da sein. Es ist davor ein Speicherraum. Und dann. Auch noch Energie. Und alles. Und überhaupt. Und. Also. Oder soll der Speicherraum versteckt? Also soll das hier versteckt sein? Ich weiß ja nicht. Also. Das hier ist es auch nicht. Bomben legen vielleicht. Dann kommt sie und wird sauer. Keine Ahnung. Ach genau. Oh Gott. Wir müssen ja äh. Mother. Ne. Nicht Mother Brain. Sondern die. Metroid Queen besiegen. Na das. Wird ja auch. Also. Oh Gott. Ich hab das vorhin irgendwie geschafft. Nicht wahr? Achso. Ja. Mal länger gedrückt halten. Sprengen. Okay. Ähm. Ähm. Es muss hier doch irgendwo weitergehen. Irgendwo muss es doch hier weitergehen. Irgendwo. Das kann doch nicht anders gewesen sein. Also. Dann bin ich überrascht. Ist das Spiel so aufgebaut, dass man da nicht weiterkommt? Hä? 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 Mist. Das sieht nicht unbedingt so aus, als wenn das richtig wäre, was ich hier gerade probiere. Hm. Opsala. Hm. Hm. Ähm. Das sieht definitiv nicht richtig aus. Können wir dich damit verletzen, einfach? Ja? Hm, hm. Klapp nicht. Ne. Ach, schade. Ich dachte, es klappt. Hm. Verdammt. 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 Oh Gott. Weiter nach rechts. Weiter nach rechts. Ja. Um nicht hier reinzufallen. Doch. Aber es macht nichts. So, hier geht's nicht weiter. Nein. Hm. Hä? Mann, ich hasse sowas, wenn ich wirklich jetzt am Ende festhänge dann. Wenn alles andere vorher super war und jetzt am Ende sowas. So ein Reinfall für mich. So eine Offenbarung des Nichtwissens. Was schade ist. Ja, weil das sind die Nachteile eines blinden Let's Plays. Ja. Gebe ich offen und ehrlich zu. Da gibt's nichts zu beschönigen. Nö. Es ist nervig, wenn der Spieler nicht weiß, wo lang. Und ich weiß es gerade absolut nicht. Es liefert mir keinen Hinweis. Es sagt mir nichts. Es hat keine Karte. Verdammt. Gut. Ähm. Hm. Ich speicher. Und schau. Wo lang. Zum allerersten Mal. Und auch zum letzten Mal. So ein Scheiß. Ich wollte es nicht. Es tut mir leid. Leute. Bis gleich. Tschüss. Äh, ja. Funk Royale. Over and out. Gott. Ich leue. , ja. Ich leue.